Seit der Gründung von Freudenberg im Jahr 1849 sind wir geprägt von unseren Wurzeln. Gesellschaftliche Verantwortung, Innovationskraft und globales Denken sind der Kern unserer Persönlichkeit. Es gibt allgemein gesprochen im geschäftlichen Leben zwei Wege, die man gehen kann. Erstens, dass man die Verhältnisse zu beherrschen sucht oder zweitens, dass man sich von den obwaltenden Verhältnissen bestimmen respektive tragen lässt und sich bemüht, aus jeder Lage das Beste zu machen. Der Letztere war stets und ohne Wandel mein Weg. Wir haben neue Produktfelder erkundet. Die Diversifizierung macht uns in Krisenzeiten widerstandsfähiger und ist eine Quelle unseres Erfolgs. Wir haben neue Märkte erschlossen, Verbessern das Leben Jetzt und in Zukunft Wir beschäftigen uns mit den wichtigen Fragen von morgen wie wir es immer getan haben Getreu unseren Wurzeln Innovationskraft Innovationskraft Freudenberg 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 Freudenberg